Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games of the Hive. Heute spielen wir eine ganz neue Map und zwar Eudesource und nicht alleine. Wir sind nämlich zusammen hier mit dem Malte. Hallo. Der ist in Game Amnesius 2, weil das ein Alt-Account ist. Hallo. Nochmal hallo. Und ja, Eudesource, neue Map of Five, gerade rausgekommen. Es ist gerade 23.30 Uhr und da haben wir uns gedacht, nehmen wir die mal auf. Eben, schnell. Ja, erster Eindruck oder so. Allerdings haben wir die schon mal ein bisschen angeschaut. Und die hier ist uns eigentlich ganz gut aufgefallen. Oder, ja, keine Ahnung, hat gut auf uns gewirkt. Keine Ahnung, wie man das sagt. Der Name, ja. Aber auf jeden Fall habe ich kein Schwert bekommen. Da waren zwei Stück Trinativkeins bekommen. Ich lauf mal weg. Auf jeden Fall gibt es auch die zweite neue Map und zwar irgendwie so eine Wüsten-Map und so. Aber die hat uns nicht so gefallen. Also vom Aussehen jetzt nur her. Vor allem, weil die Häuser auch relativ leer aussahen. Und wir haben gesehen, dass hier richtig viele Kisten sind. Deswegen laufen wir jetzt nochmal längs. Und hier, dem ist schon einer. Oh, bitte töte mich nicht. Oh mein Gott. Ich bin jetzt bei dieser Villa, wo wir hinwollten. Ja. Okay. Ich habe mal hier vorne eine... Oh Gott. Da bist du. Ich kriege die nicht ganz drauf. Ich habe ein Schert für dich. Echt? Das ist richtig geil. Hier das. Oh, nice. Da kommt einer. Echt? Ich meine, ich werde nicht auf dem richtigen Hotkey. Oh. Ja, ich habe es gesehen. Oh, irgendjemand schreibt mich im TS an. Oh, sorry. Warum sind wir eigentlich in der Aufnahmesute, wenn man uns hier anschreiben soll? Das macht es richtig Sinn. Komisch. Ja. Naja. So, ich laufe hier nochmal hin, weil hier waren richtig viele Kisten in diesem kleinen Waldstück. Ja. Das finde ich jetzt hübsch gebaut auf jeden Fall. Aber man hätte ein bisschen mehr rausholen können, aber es ist auch nicht schlecht. So, jetzt mal Kritik. Ah, hinter mir war jemand. Ich dachte, das bist du. Oh, hinter mir ist auch jemand. Oh. Hinter mir ist ein Araber, der die ganze Zeit schlägt. Also hat er wahrscheinlich Autoclicker drin. Oh, geil. Mich hat ein Araber getötet. Echt? Ja. Ich habe ihm ein Kit gegeben. Wow, Alter. Sein Autoclicker und ich regge nicht mehr. Ich muss essen. Vor allem, er klickt einfach die ganze Zeit. Richtig der Lustige. Pass auf, da hinten ist noch ein Araber, ein Araber-Team. Okay. Ich will mir mal hier ein paar T-Rons. Das kommt jetzt auch noch zu dir. Nee, das hat den anderen Araber einfach so getötet. Einfach so? Okay, der war auch ein bisschen low. Als ich fertig war. Oh, man. Also irgendwie, die Runden laufen noch nicht so gut auf der Map. Aber das liegt, denke ich, mal daran, dass da oben ein Typ ist. Und ich habe nur eine Federbüroh in der Kiste. Der guten Staff. Oh, Gott. Na, geht so. Der ist wieder in der Place bei mir. Oh, ich kann meine Arme gerade nicht werfen. Zack. Da oben auf dem Baum ist eine Kiste. Das ist easy in der Tier 2. Siehst du die da oben? Ja. Das ist locker ein, oder? Ich meinst nicht. Doch, ich glaube auch. Da vorne sind auch zwei Leute, die gerade Beefen machen. Die beefen sich hier übel. Ach, das ist er. Der hat da oben auf dem Baum ist auch eine Kiste. Das ist mit Sicherheit mehr in der Tier 2 als die andere. Nein, ich will die Kiste nicht aufmachen, weil ich ein Schwert in der Hand hatte. Gott, bin ich dumm. Aber hier werde ich ihn zurückboosten, wenn ich es schaffen würde. Oh. Oh, ich bin half live. War es so schlecht, oder? Ah, du hast ja auch keinen Hanisch. Ja, ich habe irgendwie nicht so geile Rüstung. Oh, fuck. Okay, er ist nicht hinter mir. Ich geh nochmal an die Kiste hier eben. Oh, das ist ein Bogen. Ach, ich habe schon einen Bogen. Trottel. Hier unter dem Steg ist eine Kiste. Also, ich weiß nicht, ob du da hin kannst. Nee, gerne nicht. Ist er hinter mir, ja, ne? Nee. Also, er ist jetzt auf der anderen Seite. Oder und ist ein Zweiteam. Und ich habe einen T-Tipp gefunden, glaube ich. Oh, bitte verfolgt mich doch nicht, Jungs. Was wollt ihr denn von mir? Und vor allem hier ist das ein komisches, fettes Fliegen, Viech, was vor meiner Nase rumfliegt. Ja, kennt man. Ja. Vor allem, weil ich Fenster aufhabe, und es ist Licht hier an. Ach man, warum verfolgen die mich? Das macht doch keinen Sinn. Komm, bitte verfolgt mich nicht. Ich habe doch nichts. Vor allem, ich habe ehrlich gar nichts für die, außer den Helm. Äh. Ich glaube nicht, dass sie mich wegen dem verfolgen. Nee, ich glaube, das ist einfach nur töten. Ja, unnötig. Vor allem, ich hätte gern Steinschwert. Gend hier runter, ohne zu sterben. Ich rege auch nicht. Das war jetzt völlig nicht so ganz schön, hier längst zu laufen. Ja, vielleicht kann man ja hier was machen. Man hat sich in TNT gesetzt. Läuft. Hier sind Karotten auf dem Feld. Okay. Ja, das kann man sich gut merken. Ja, das ist denke ich mal auch praktisch. Hier habe ich noch eine Kiste. Oh Gott, die waren schon alle gelootet. Ich gehe mal nicht in die Häuser rein. Komm mal hier links, hier links wäre eine Kiste gelesen. Hier eine Treppe. Hier eine Treppe. Oder? Ja. Okay, ein Steinschwert, nice. Okay. Und ansonsten nichts, das ich gebraucht hätte. Aber immer ein Steinschwert ist doch was. Ja. Der ist zwar immer noch nicht wirklich ausgerüstet. Also nicht gut, aber... Immer ein Steinschwert. Also Steinschwert und Angel reicht eigentlich, um Leute zu töten. Aber ich weiß nicht. Also wir haben bisher nur Pseudo-Tattoos gesehen, also die vielleicht welche sein könnten. Ah, hier habe ich eine gesehen, glaube ich. Ich war mir aber nicht sicher, ob das eine ist, weil hier war ich kurz. Ah cool, ich habe glaube ich auch eine gefunden. Okay. Beim Steg, da unter dem Steg sozusagen. Hier bei dem ersten Haus schon. Ich gehe mal kurz in dieses Wasser-Vogel-Ding da rein. Und da glaube ich war nämlich einer. So, zack, hier rüber. Und da rauf. Und... Ah fuck, runtergefallen. Auf jeden Fall schafft man den Sprung. Ja, da oben drin ist eine. Ja, ich weiß. Aber... Denkt man das in der Tier 2? Hoffe ich doch. Auf jeden Fall. Das Leben kommen noch Leute. Oh, yo. Nice. Oh, wurde zurückgeleakt. Ist der Tier 2? Ja, okay. Okay. Ist doch geil, haben wir schon mal eine Tier 2 gefunden. Das ist die erste. Ja, eine. Wow. Vielleicht guckst du nochmal bei diesem ersten Haus, wo du eben warst. Äh, da drunter war halt eine. Ich war auch noch keiner, das ist gut. Ich öffne mir eben ein Brot. Zack. Oh, warte, ich kann Feile machen. Einen SG? Hab ich noch nie gemacht. Dann mach ich ab und zu. So, in diesem Steg hier. Oh, warte, da ist noch eine Teste. Äh, nicht an dem, glaube ich, oder? Ich guck mal eben. Das war an dem anderen Steg. Oh, hier sind Kugel für... Ah, da. Ja, ich sehe sie. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine T2 ist, aber ich weiß nicht. Ne, aber da war eine Kettenhose drin. Ist ja fast genauso. Ja, ich weiß. Ja, naja, okay, war jetzt aber ziemlich gut. Okay, im See sehe ich gerade schon zwei Kisten. Die sind einfach so unten auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob die sich lohnen zu holen. Ich glaube, wir enden. Ich glaube, noch mal ein bisschen hier lang. Beständes im Wald noch irgendwo war es. Okay, Death Damage ist ja schon. Ja. Auf jeden Fall gehen die Runden ziemlich schnell. Und zwei Araber leben noch. Ich hoffe mal, dass sie nicht teamen. Ansonsten wäre das extrem uncool. Also, ich wurde eben von dem Araber-Team getötet. Ey, die Team... Nee, wir machen kein Team hier. Da oben ist noch eine... Ich komme da nicht mehr hin. Ey, cool, hier, da oben ist eine Kiste. Oh nein, bitte mach doch kein random Team jetzt. Hier, genau. In dem hier. Genau. Oh, keine T2. Ey. Ich denke, da wären so ein Splatter vorgewiesen. Ja. Ich gehe von mal in das Haus hier rein, wo schon die Tür offen ist. Oh, warte, da ist... Oh nein. Da war hier schon alles offen. Da war doch easy schon jemand. Die Einrichtung ist aber nicht so geil. Da hätte ich gedacht, unter der Treppe wie auf Easter... Oh, warte, wenn hier die Kiste noch kommen... Oh, okay, das war nichts von mir. Schade. So, ich glaube, die beiden Team jetzt. Schön random auf mich. Nein, die Team ehrlich. Was hat alle was dacht? Aber die sind nicht gerade mega-equipped. Der eine hat nicht mal eine Brustplatte. Ja, habe ich gesehen. Oh, warum teamen die denn? Ich will die nicht... Ach, Gott. Naja, kennt man ja von der Hive-Community. Ja. Schön random-Team. Oh, Gott, jetzt muss ich mir kurz ein bisschen konzentraten, weil ich erst muss. Aber du hast auch, glaube ich, keine Secondaries, oder? Doch, ich habe eine Angel, vier Pfeile und Feuerzeug. Ach, Feuerzeug auch. Aber es ist trotzdem blöd, dass ich jetzt gegen mich so random team. Und weil das eben schon mal der Fall war. Food, der braucht Food, also hat er keinen Regen. Oh, Gott. Oh, ich will Feuerzeug setzen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Oh, komm her. Direkt nicht. Bin hier ziemlich sicher. Ah, kann gut sein. Hat den anderen getroffen, obwohl ich auf den hier gezielt habe. Hm, okay. Habe ich ihn getroffen mit dem Schwert? Was meinst du? Ja, hast du, glaube ich. Also, ich habe auf jeden Fall ein paar Theke gesehen. Wenn du ihn getroffen hast, müsste er bald so... Alter! Der ist premium, der hackt, ne? Ah, kann gut sein. Er ist verbrannt. Nice. Oh, Mann. Er hat einen Staff genommen, also ich würde jetzt weiter auf den gehen. Ja. Oh, jetzt hat er auch guten Staff. Und ich bin low. Wow. Ja, ich würde erst mal reingehen. Das ist logisch. Ah, fuck. Was mache ich denn jetzt? Versuche, nochmal ein Feuer zu setzen, oder so. Fuck, das war bad. Oh. Hm. Aber er hatte kein Food, der Typ. Nice, ich habe ihn getroffen. Also, sonst würde ich an deiner Stelle voll Regen holen. Oder war das der, der Food brauchte? Ich glaube, das war der, der Food brauchte. Ja, ja. So, PTNT war es auf jeden Fall richtig gut. Ich würde jetzt, ich trinke mich mal eben ein bisschen. Ja. Aber das Zeug einfach... Pack das nach oben. Zweite Angel nach unten. Essen nach unten. Ich weiß nicht. So, vom Staffel könnte ich ihn kriegen, aber ich weiß nicht, was er so für Sex hat. Ja. Ich glaube, er hat nur ein Schwert. Also, wenn er wirklich nicht regeneriert... Nice, GG. Das war ja einfacher als gedacht. Ich habe zwei Kids gemacht. Wow. Nee, auf jeden Fall. Leute, ich hoffe, euch hat die Runde jetzt soweit gefallen. Das war so eine der ersten Runden auf dieser neuen Map. Die wird es auf jeden Fall nochmal besser anschauen müssen. Aber eigentlich, T2, habt ihr irgendwann schon gesehen. Und ihr habt so ein bisschen, ja, einen Überblick quasi von der Map gehabt. Und ja, Malte, du kennst das Spiel. Such dir ein Hashtag aus. Okay, dann schreibt einfach mal Hashtag Französisch rein. Wegen der Map. Ich glaube, das ist ein französischer Name, oder? Also klingt zumindest so. Kann sein. Ich habe kein Französisch in der Schule. Ich schon. Und naja, auch wenn ich nicht gut bin. Okay. Also, ja, irgendwie schon. Also, Hashtag Französisch. Wenn ihr mich hierhin geschaut habt, schaut doch mal bei Malte vorbei. Ist Craftoplay in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao. Peace. Outro Outro Untertitelung des ZDF, 2020